In diesem Workshop möchte ich Ihnen einen Umfärber zeigen von einer weissen Flasche, also einem weissen Produkt und das Ziel dann rechts auf dem Monitor, die grüne Flasche. Das ist nicht ganz einfach und vor allem, wenn Sie hier einmal die Detailzeichnung ansehen, wir haben eine schwache Zeichnung im Weiss und wenn ich hier einfach eine grüne Fläche hinterlegen würde, dann würde das Ganze nicht so echt rüberkommen. Wie Sie sehen, habe ich rechts im grünen Deckel eine sehr schöne Detailzeichnung und ich habe hier mit einem speziellen Verfahren versucht, die Zeichnung zu verstärken und Sie werden dann sehen im Workshop, wie ich das im RGB-Bild am einfachsten bewerkstelligen kann. Aber ich denke, das Ziel jetzt, diese grüne Flasche, das kommt sehr natürlich rüber. Es ist nicht ganz einfach, von Weiss auf Farbig umzufärben. Wie das geht, Schritt für Schritt im Workshop.